hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge so wir schauen mal gleich mal kaum starten wir das spiel voll wie essen sehr gut sehr gut sehr gut dann würde ich gerne so würde ich gerne demontieren und ich würde gerne neue muni rein tun so und natürlich gerne montieren sehr gut und das können wir jetzt schön zusammenführen das können wir leider nicht zusammenführen aber das können wir mit dem da zusammenführen so gut alles ist gut die können wir da herlegen sehr schön so jetzt haben wir wieder 16 schuss drin habe ich den jetzt schon durchsucht ja also wir sind fast da ziel ist es ja heute dass steine das auto abzuholen apropos auto stopfwechsel 66 prozent ja das gehen wir hin so wir wollen ja richtung westen dass die überlegen ist das dieses spital da haben wir noch vielleicht ein oder zwei larven das beste das beste ist für weiter und gerade gut genug ob ich zufälle ist der zaun offen so eigentlich wollten wir das auto holen wenn wir schon da sind so und dann ja komm mach fertig so da ist ein kleines häuschen herr doktor immer gespannt ob wir hier in meinem herrn doktor finden und da liegt noch keiner aber der rollstuhl eine toilette super da liegt da der herr doktor so eine toilette ist super da ist nichts ja 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 komm mal so aber er hat so eine schutzsichere feste an und nägel nehme ich auch das volle kann man wahrscheinlich auch brauchen so nachdem der doktor erledigt ist werden wir uns selber behandeln was machen da ach bitte ja ein buch ist gut gibt es da noch irgendwelche ja stoffwetzen ist ganz gut weil wir müssen uns sowieso jetzt gerade verbinden wie es immer aussieht wenn sie verbindet so weiß ich nicht falls der alte voll ist kann man den sehr wohl mal mitnehmen so wenn inventar voll ist kann man sich ja wegwerfen so haben wir keine sachen keine sachen keine sachen da drüben nö hier ja haben wir auch nichts super umgestürzen ist auch nichts so mein habend wieder ja endlich habe ich es wieder so und schau mal stoppwechsel ja weiterholt es wird zeit upsie so ja 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 na 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 so sehr gut machen wir auch machen wir auch ein häufchen ja lass uns einen haufen setzen ach wie das möglich ein häufchen machen ein keckerchen und immer genau vor die toilette ja das nächste mal machen wir in die dusche nein sowas mache ich nicht vor allem wer soll das wegräumen wobei wenn ich mich da so umstehe äh umschau mit den flecken die da überreißen äh ist das auch egal ja aber weidrot die kann nicht in den weid kacken so sorry so super da 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 so dann haben wir jetzt noch den herrn doktor aufgesucht und dann geht es jetzt weiter haben wir noch sein hüttchen was ist denn da im hüttchen ja da wollen wir noch rein da wollen wir nicht rein nö doch da wollen wir rein au so komm steh mal auf so der portier so was hat er dabei der portier ein messerchen super äh die portöse portierin sorry so in einem kleinen kämmerchen hat die da geschlafen ist auch nicht artgerechte Haltung vom portier so oh ja oh ja so wobei eine Patrone einen Schuss der letzte Schuss so hier nochmal rauf eigentlich ist es super so Moment ähm nö hier also wir wollen weiter Richtung Westen und da kommt jetzt eine Straßenunterbrechung das werden wir uns dann auch noch anschauen einfach weiter Richtung Westen so das können wir weg legen so gemütliches Jogging so eine wunderbare Narve die Narve ziehen wir unsere rein so Vitamin T passt jetzt auch offenbar laufen wir genug ohne extrem viele Jacken und solche Dinge herum das ist gut das werden wir aufnehmen aufnehmen und aufnehmen super haben wir ein paar Pilze gefunden da haben wir uns Pilze gefangen so Moment habe ich da was aus dem Augenwinkel nö ja das können wir noch essen so da 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 so und jetzt so leicht Richtung Norden wobei das was direkt hier von uns aus fast genau im Westen liegt das würde ich mir gerne anschauen aber leicht Richtung Norden biegen wir ab die Straße dann haben wir noch beim Doc vorbeigeschaut auch gut so Moment äh nö Stopfwechsel Gewicht der Ausrüstung Verletzung Unterernährung ach ja Verletzung so dann binden wir uns das mal um die was Moment Stoffwechsel Verletzung Faser 1 ja dann passt sie so Unterernährung dann werden wir das da mal essen wie wirkt sich das aus oh das wirkt sich schön aus Pilze zahlen sich aus super sondern wenn wir das auch gleich essen so den Rest warten wir noch eines haben wir da noch na 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 vielleicht findet man da noch Hagebutter wenn wir uns einen schönen Tee machen aber hier ja das werden wir auch gleich essen und weiter geht die Reise weiter geht die Reise wir wollen das Auto holen das muss da in die Richtung sein ist das ein Olivenbüschchen es wirkt so aber es ist keine Olive drin so und da ist auch keine Hagebutter drin nö und ich höre die Drohne Wahnsinn da kann man nie alleine in Ruhe mal in den Wald abbiegen so auf gemütlich nö 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 da muss immer so eine Drohne hinter einem hier nö widerlich mhm 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 so ich glaube da vorne sind diese Häuschen schon schauen wir mal nach ja ich glaube tatsächlich so und das von uns jetzt südwestlich dieses kleine mit dem intensiv roten Pünktchen dort will ich hin sobald wir unser Auto haben da 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 so Riesenbüsch mit hunderten Hagebutten und ich finde aber keine ein Vogel jetzt könnte ich endlich Federn sammeln ich war kein viel zu viel schade da 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 haben wir jetzt Leute angelockt das wäre einigermaßen blöd die nehmen wir einfach so mit und die nehmen auch so mit ok na 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 so 25% Magen das füllt halt den Magen nicht wirklich auf so der Schwammel ist gut und die Hagebutter werden wir jetzt auch gleich verzehren so und die werden wir auch verzehren so wie viel haben wir 39 na gut aber wir sind ja gleich da wow wie das gleich runter geht 36 naja so dann noch einen Schlenker durch den Wald ich werde mich noch übergeben vor lauter Magen haben wir da irgendwas interessantes das ist doch den esse ich da nicht wenn es Knollenblätterpilz ist na bitte da höre ich sie schon röcheln so gute Dame bleiben sie liegen ui au 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 na jetzt aber da steht ja noch mal auf so was tragen sie dabei gute Dame Nägel super kurze Hose nö so da ist noch ein Hagebuttenbüschchen jetzt müssen wir auch gleich essen so essen so ist Stopfwechsel 20% naja ist ok ich sage zuerst mal hier rein und da liegt er doch noch ok zweiter ist da eh keiner so 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 irgendwie da ja ein Kerzl könnte ich anzünden fein da 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 Dosenöffner lassen wir ihn diesmal auch so hier ist drin ich hätte so gerne endlich mal so richtig oh das nehmen wir natürlich so Tagebuch auch hier was haben wir da Turnschuhe nö nein ist da was drin im Fässchen das Lumpenbündel Fässchen nö so nö wobei warum nicht ernsthaft warum nicht so die Stoffbandel bräuchte ich ja nicht so ein Spint ist noch zu ein Gummi Nägel sehr schön da ist er ja heiho wie seid ihr Zwerge Fro au au ist die schnell da so die ist ja die ist ja verdammt schnell so was haben wir denn da ja die Nägel super zieht wieder zu wird es regen recht schnell Gott sei Dank es ist so schön immer wenn es nicht regnerisch ist so dass wir auf damit wir immer wissen dass wir da schon drin waren und da waren wir noch nicht drin aber das werden wir noch machen so unter vorne steht der Wagen der Wagen der Wagen war ich eigentlich schon eine Toilette Stoppwechsel nö 44 ja es geht so Gewicht der Ausrüstung Wahnsinn wir müssen Sachen ablegen am besten im Wagen da 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 oh unser Paar Schikaner Mira so mal alles wegräumen hier das brauchen wir alles nicht also schon aber nicht jetzt sorry so wobei den Kürbis wenn wir zusammen essen auf das wir wieder Durchfall kriegen so auch da reinlegen ja ich weiß zieh doch einfach alles gleich in den Wagen ja aber so kann ich dann hier so wie automatisiert so so kann ich da machen so einfach eins nach dem anderen super ah jetzt haben wir das mit dem Autoreparieren noch nicht gemacht naja so wir werden schon machen so gleich sehen wir es Höfelplatz haben wir noch naja naja schon langsam nein ist noch genug da so oh endlich weiterholt startet den Boliden so da haben wir diese Werkstatt und so jetzt würde ich gerne noch dieses Geschäftchen hier machen verbinden muss ich mich sowieso schon ich wette im oberen Stock liegt wer schläft wieder mal volles pack so das seid gut sie auch schon leer meine hoffnung das safe so bitte kleidung nach diese regentier häubchen sache ja ja oh wie schön schöne Toilette so machen wir das gehen wir zuerst mal rauf na bitte hallo ui 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 ich glaube ich habe einige aufgeweckt jetzt so kniefrauer komm uns raus okay da drin läuft einer okay so ist da noch ein zweiter was ist denn da so laut da war ja wohl die nur auf die Toilette was haben wir da ein schönes Messerchen Rest lassen wir alles da liegen oh die ganzen Blutflecken wer soll das alles wegputzen diese armen Zombies hier die wollten da nur Frieden haben so ein Bier also was haben wir da im Karton noch nichts da haben wir überall reingesehen reingesehen in den Karton noch und dann ist gut oben ich glaube es ist im Nebengebäude ja so aber Stoffwechsel ach machen wir das Nebengebäude auch noch in dem waren wir ja drin in dem waren wir noch nicht da ist er ja hi so ich hallo so ich mach dir hier mal die Tür auf dann tun wir uns alle leichter au manche sind schon extrem schnell extrem schnell so nö so jetzt höre ich aber keine mehr säuseln vielleicht ist jetzt auch erledigt so eine Kerze nö so der Zombie hat doch sicher die Küche leer gefressen aber sag ich wie immer die sind einfach schneller so dann haben wir hier im Bettchen der Punkt ist Bini so das würde ich sagen zerschneiden wir mal die Lumpen zerteilen so da 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 so damit werden wir unsere Wunden versorgen so fertig links und rechts die Arme immer so dann hier und hier nö nö später so da haben wir alles alles durchsucht ja so dann haben wir nur noch hier eine Toilette was praktisch ist Stoffwechsel naja 46 wir stellen uns mal auf die Straße in die Sonne auf die gute Dame drauf die war aber auch schon ein wenig unterernährt so und jetzt würde ich sagen Stoffwechsel Magen ist leer würde ich sagen hier alles essen ja genau überfristig so also das da haben wir erledigt das da haben wir erledigt dahinter das da sieht man einen Spitz das haben wir auch erledigt das heißt es fehlt noch dieses Gebäude hier und dieses Gebäude hier und ich glaube das ist es dann mal schauen wir mal rein okay das ist wieder so dieses Werkstatt Gebäude das ist ein Schlafzimmer oh der schläft doch wer wollen wir den aufwecken wollen wir ihn aufwecken so ähm wieder weg super kann man sich da vielleicht so tun aber wo ist er vielleicht hinterm Gebäude so der Kühlschrank Marder oh diesmal hat es funktioniert nein diesmal nehme ich auch keine Topf mehr mit na 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 so da waren wir drin da waren wir auch drin mach dich nackig Junge super aber auch nichts interessantes dabei die Schuhe stellt er gleich aufs Bett na ja wenn er mag so so wir schauen mal Stopfwechsel wenn nicht geht es ja noch und da ist der Werkstatt komisch ach hier so mein Freund au der nächste bitte au so kann auch eine Nummer ziehen so das ist gleich praktisch so gleich mal hier rund um die vielen Leichen hier super so jetzt haben wir die Werkstatt auch gleich geklirrt das war doch der der da immer in der Ecke rumliegt so dann schauen wir hier noch oh Nägel ja Schrott können wir jetzt auch mitnehmen wieder mal wir haben ja doch einiges an Schrott verbraucht für die Muni so Borzen Nägel ich seh schon ich freu mich schon die Baufolgen es rückt nie ja so da haben wir auch noch was ein Buch gut wegen des Papieres so leider da 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 war ein Eierwärmer so die sind neu die gab es früher ja auch nicht ein Notverband der Nichtverband so da ist noch was bitte ein Oberteil Munitionskisterl das ist gut so schaut gut so da waren wir drin in der Werkstatt waren wir drin jetzt laufen da noch einmal rundherum damit wir da so das war es aber auch hier oder ja na klar so dann räumen wir noch das Fahrzeug ein in das Fahrzeug ein in das Fahrzeug so behandelt super da liegen sie so Inventar ich weiß anders ging es auch aber ach ja so den Fetzen legen wir da unten hin wir brauchen immer wieder so entweder wir gehen noch in dieser Folge auf die Toilette hier bei denen da oben oder wir gehen da unten hin wobei ich würde bevorzugen dass wir da unten hingehen wäre doch auch schön also richtig aufs Klo selfes Alznägel was für ein Mischmasch so ja ja komm ui manchmal schleudern die ganz schön oh ich hab die Leichen wecke zumindest die eine naja egal da 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 so und da steht ja schon einer zwei so meine Lieben wenn ich aber jetzt die Folge beende und nachher einlogge sind die weg ich würde sagen wir machen das jetzt noch hab kurz mal auf die Uhr gesehen ist es wirklich schon so spät ja es ist es wir machen schon wieder Überlänge ja den lege ich da am Boden so so pass auf beledigen das gleich dann brauchen wir nachher nicht komm kommst du ja ja komm mal her und super komm mal her super so und bevor du aufstehst darf ich nochmal ui au so das hat den anderen nicht so wirklich gestört hockt so da mit dem Gesicht nach vorne alles gut nö wollen wir nicht so dann würde ich sagen ich hole mir den herumstehe ja noch so und alles andere machen wir dann in der nächsten Folge oder ist das gut ich denke schon ui du kannst aber schön springen und du kannst auch schön laufen so oh nö wenn das nicht alles so angeräulet wäre hallo ich habe wenig Zeit muss die Folge beenden so nochmal hier ja ist okay so was ist denn das ein Topf Metallschrott okay das nämlich schon mein Haarband ausnahmsweise lasse ich liegen weil wir ja wenig Zeit haben so was ich aber machen möchte auch wenn ich gerade wenig Zeit habe beziehungsweise wir wenig Zeit haben aber ich möchte nochmal in den Garten so weil die richtig Harten die gehen in den Garten so ich interessiere mich im speziellen für Gurke da gibt es die Gurke na gib mir die Gurke so und da drüben noch Äpfel und dann würde ich sagen wenn wir hier geerntet haben willkommen im Zombie Farming Simulator so was ist das Kartoffeln naja eigentlich wollte ich ja die Gurke gib mir die Gurke schade so da drüben noch kurz zu den Bäumen oh da liegt ja wer hey so dann haben wir hier was oh die Wildkirchen die wechseln denn da steht der Wechselbaum sie heißt mir am Wechselbaum so okay wir haben es aber gleich ein Apfel ein Apfel so oh wie schön noch ein Apfel wie cool so leider da waren wir drinnen die Toilette ist zwar ziemlich widerlich aber es muss einfach sein so wir müssen in die Toilette rein so zuerst räumen wir das mal aus was da oh eine Bleiplatte eine Bleiplatte so ja ich muss mich da mal auf sorry aber so das war jetzt wirklich wichtig und jetzt sitze ich endlich auf der endlich auf der Toilette obendrauf wir haben eine Lösung gefunden dafür ist die Toilette da so und sie schaut immer konsequent weg immer wenn ich ihr Gesicht nehmen möchte ach ja ich bin um Verhungern Moment Moment Stopp Wechsel äh ich kann doch den Rucksack durchsehen ich bin ein Magier so hat tatsächlich nichts im Magen ja also jetzt aber ja so mach fertig super ah gut liebe Weidraud wunderbar wunderbar so das war es dann heute für diese Folge ich bedanke mich fürs dabei sein und wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann tschüss